Hallo Ladies and Gentlemen Willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill ähm es leckt wenn es leckt die Welt mit einer der sind keine verkackte Aufnahme so wie wir gerade drinnen haben und schlüsse gesucht geholt gesucht jetzt leckte Schmerzungen um ein Grad warum leckst du zu lecken ich verbiete dir das blödes Missspiel ich bin heute ein bisschen fertig ich hab gestern wieder ein, zwei äh Sachen zu viel getrunken wieso kannst du denn nicht auch noch so scheiße und ja deswegen bin ich heute leicht ähm emotionslos aber ich werd versuchen so bescheuert wie immer für euch zu sein wieso auch nicht so wir sind wieder oben ich wollte die Karte zwar nicht aufmachen ich wollte sie ins Menü ich wollte nicht wissen was das für ein Schlüssel war den wir uns jetzt geholt haben das ist der Extermination Room Key Found in Patient Room in the Second Floor Basement Moment ich glaub das war ein anderer oder? nein das muss ja gewesen sein gucken wir mal nach der Extermination Room das heißt wir müssen da oben rechts zu die Tür ab in den Medizinraum und Extermination Room dann gehen wir da rein na du musst die Tür auch treffen alter sonst wird das nix sonst wird das nix sonst wird das nix boah ich bin heute echt fertig ey das gibt's nicht scheiß alt ich muss gucken ob ich nach oben laufen muss oder es ist scheißegal ob ich jetzt im Aufzug fahre oder die Treppen laufe deswegen nehme ich jetzt im Aufzug weil ich bin gerade heute sowieso zuvor zum Laufen auch in der virtuellen Welt also nehmen wir doch den Aufzug ich bin so wohl ne gar nicht geguckt ob es das richtig gestoppt hat aber ist das das Richtige nein nein oh ich bin auch falsch gelaufen totalen Nonsens Nonsens Aufreger von mir egal sowas passiert hier war die Tür glaube ich hier war die Tür glaube ich hier war die Tür jawohl da war eine Tür jetzt können wir gegen die Wand laufen jetzt können wir diese Tür hier aufmachen diese Tür hier aufmachen und gehen rein oh sie liebt mich oh sie liebt mich oh ok das Smile war ein bisschen scary aber finally someone else who's ok no who are you tut my name is Lisa Garland what's yours Harry Mason Harry tell me what's happening here where is everybody I must have gotten knocked out when I came to everyone was gone it's awful yeah so you don't know anything either great I just don't get it it's like this is all some kind of bad dream yeah a living nightmare let me ask you have you seen a little girl around here short black hair seven years old a seven year old girl what she's your daughter yes a seven year old girl I can't say that I have I was unconscious all this time I'm sorry that's all right that's all right do you know anything about all that weird stuff in the basement no why is there something down there you don't know don't you work here we're under strict orders never to enter the basement store room what's a stupid disease so I really don't know what did you say was down there well it's damn the panic sirena I'm not sure I'm not sure I'm not sure I'm not sure let me help you Harry was I dreaming you were too late oh the old schaback again it's you yes Dahlia Gillespie Lesbe tell me everything you know what's going on darkness the town is being devoured by darkness oh no strength must overcome petty desire childish sleep talk ah no I knew this day would come sure what are you talking about I don't understand a word of this then put one in believe the evidence of your eyes the other church in this town that is your destination this is beyond my abilities only you can stop it now because I was elected and so have you not seen the crest marked on the ground all over town gepflegt ignoriert baby that's what I saw in the school yard what does it mean it is the mark of samuel oh no don't let it be completed hey wait hey wait we are going to have to have to do it now because I am going to do this because I am going to be a little bit because here is nothing more for us is I would be doing this but hier geht es nur in den Keller. S-Floor. Zweite Floor. Gritter Floor. Nee, jetzt. Dann muss ich hier irgendwie rauskommen. Ich komme schon hier raus. Ich kann das. Ich gehe jetzt einfach hier raus. Tada! Mann, bin ich ein Held. Ich weiß, wie man aus Krankenhäusern rauskommt. Ah, Hund! Ah, was war das denn? Du Arsch! Ey, 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 ey. Oh, sorry, Hund. Komm her! Oh, scheiße. Ja, ich weiß nicht, man ist tot. Ähm, heute kann ich mich auch wieder anmachen. Du! Pisschen, ja, dann fick dich, ey. Pisschen, ja, dann schluss. Oh, schluss. Krass. Nerviges nicht. So. Okay, jetzt gibt es ganz, 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 ganz komische Geräusche. Ich muss jetzt mal gucken. Wo müssen wir lang? Hier auf der Karte, da ist nichts eingezeichnet, außer das Krankenhaus. Und man hört jetzt ganz, ganz komische Geräusche. Ich bin ja nicht mal sicher, ob wir das Krankenhaus überhaupt verlassen sollen. Ne, weh, weh, bla. Schon, 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 schon leicht abgefuckte Geräuschkulisse. Mann, wo lau' ich hin? Das gibt's doch nicht. Ich denke, ich lau' jetzt too old, silent in mehr. Quatsch, hab ich da einen komplett Ort, hab ich da abgesucht, die Karte da allein hinwechseln. Boah, ey. Schon wieder fast tot bin. Ja, ich denke mal, wir müssen... Nein, ich hab doch... Oh, bla, 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 blie, bla, blub. Ja, wir sind nochmal rausgegangen aus Krankenhaus, nur um ein bisschen Frischluft zu schnappen, denn... Ich voll honk. Natürlich wieder zu voreilig. Ja, wir gehen jetzt nochmal rein. Und... Weil... Wegen... Weil wir's können. Nein, ähm... Ja, ich hab dann eine Videokassette bekommen und... Mal gucken, was angezeichnet ist. Jetzt gucken wir, wie der jetzt lang kann. Irgendwie. Ich hoffe mal, dass die ganzen Türen jetzt irgendwie aufgehen. Weil das wäre nämlich schön. Können wir nicht auch nicht um. Dann mach ich hier. Warte, komm, ich komm, das Spiel wird gar nicht klar, ey. Gott, im Himmel. Jo, lauft mal gegen. Ja, das ist ja nicht weiter, das ist ja kacke. Zu den Treppen kamen wir auch nicht, wir konnten nur nach unten. Das, wie gesagt, versuchen wir jetzt einfach mal. Auf wir... Das wir fasseln, jetzt weiterkommen. Nee, 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 warum? Arschloch! machen vielleicht vorher auf jeden Fall haben wir keine Chance da irgendwie lang zu gehen doch ich könnte nochmal da unten also wir dürfen jetzt zusehen wie ich jetzt ne also es wird wieder ein ein ich glaube jetzt die Gegend hab keine Ahnung wo ich lang muss Part die Küche ist zu cool ich konnte vorher rein jetzt aber nicht mehr und die ist ja auch zu alles klar sehr schön um anscheinend würde ich nicht zu erwarten im Krankenhaus dann muss ich doch los muss ich den ganz verdammten Weg wieder da wie scheiße ist das denn hier raus und suchen diesen dämlichen Antikladenshop Gerät so ich weiß allerdings wirklich nicht wo lang da oben ist eine Polizeistation das ist natürlich Town Center es gab doch eine Möglichkeit irgendwie ranzuzoomen oder nicht super das macht jetzt aber nicht besser okay wir sind hier ich will gucken ob wir da oben ganz oben Antik ich glaub schon dann um ich nur bin wir auch mal den das seltsame Geräusch laufen jetzt recht die Straße lang hoch zur Symmetrie und einmal hier komplett hoch ja 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 ok Hund oder Fliegevieh oder einfach mal gar nichts was bist du denn was seid ihr denn ich würde eigentlich auch gar nicht wissen jetzt den ganzen Weg geradeaus ja gehesst Jan Hart ja was das für ein dämliches Geräusch wo zum teufel sind wir jetzt okay gehen wir einfach mal rein schlüssel passt wunderbar dann haben wir es ja doch irgendwie hingekriegt wir machen unsere taschenlappe nicht an weil es könnte sein dass irgendwas passiert obwohl sie gerade ja dann machen wir sagen sie gerade sehr ungefährlich hier aus so um das ist nur um nichts besonderes die stürzschrank was ist hier das irgendwie in das alles und das ist ein loch mein freund schieß 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 nein ich bin glücklich, dass du okay ich sollte dich nicht verlassen ich denke, du bist besser, als ich dachte hör doch auf ich hätte dir die verlassen sollen was machst du hier? ich dachte, dass du die Stadt verlassen hast ich sah, dass du hier gehst, also ich folgte dich ich konnte nicht raus alle Straßen, die aus der Stadt, sind blockiert die Fahrzeuge haben komplett verhörtert die Telefon und Radios sind auch noch raus was macht noch Geräusche scheiß auf deine Tochter Entschuldigung ich sah eine Mädchen wow ich sah nur eine Glimpse von ihr durch den Fog ich sah nur eine Glimpse von ihr durch den Fog ich ging nach ihr, aber sie hat verhörtert ich weiß nicht, dass du deine Tochter, aber und du sie hat sie einfach verhörtert, oder wo war sie? hast du nicht zugehört, der hat gesagt, sie ist verschwunden, du Hegel wie ein Geist Spooky Ghost Lesber 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 Ja, Apropos Drogen inte so lange lange ihr noch am labern seid Passiert Und die Untersuchung ist stammt. Was könnte Drogen-Trafficking mit allem das tun? Ich weiß wirklich nicht. Aber vielleicht ist das die Dunkelheit, die sie über gesprochen hat. Das ist alles, ich kann über das denken. Was ist das? Sind beide dumm? Nein. Nein, mein Feuer funktioniert nicht. Du hast mir auch so schuf die Knarre in die Hand gedrückt. Komm schon! Ja, mach mal. Hm. Es gehört, wenn irgendwas nach Fisch aussieht, hau sofort ab. Sibyl? Ja? Ich liebe dich! Ach so, das wäre jetzt so ein romantischer Moment. Ja. 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 Entfällig haben wir aufgerufen zu reden. Wir haben noch ein bisschen Zeit und schauen uns hier mal ein bisschen um. Entschuldigung in die Sequenz, ach komm schon, weil das auch voll aussieht wie eine Kirche. Okay, jetzt gucken wir mal. Nicht auf die Karte, sondern in unserem Inventar. Was macht das hier? Okay, was macht das hier? Use. Geht nicht. Video, funktioniert nicht. Ähm, ähm, ähm. Wow, was soll ich hier machen? Oh ja. Okay. Ist hier sonst noch was? Aha! Los, nimm's! Nimm es! Ja, Mann. Verdammte Axt. Was ist das hier? Das ist, das ist, das ist rein gar nichts. Okay. Oh, ein Türchen. Na, geht's so oft. Oh. Okay, viel kann ich hier nicht machen. Aber ich kann mich mit einer super neuen tollen Waffe ausrüsten. Small, One Hand Axe, ähm, effekte Versuche. Ah, die Ölchen. Dann kann ich laufen. Auch relativ schnell zu. Schönes Ding. Da steht was. Da steht No God. Also kein Gott. Okay. Und nun? Harry? Are you okay? Anstelle da mal mit ihm zu gehen, ne? Jetzt geh mal gucken. Harry? So, wir sind verschwunden. Und... Wir sind total pixelig und schwammig. Lisa? Und komplett blöd. In dem Krankenhaus? Du hast einen schlechten Traum. Was ich? Was ich? Hey. Du hast nicht zu gut. Du bist okay? Ich bin okay. Nichts, was du brauchst. Wenn du sicher bist. Lisa? Du kennst eine Frau namens Dahlia Gillespie? Oh, Lesbe! Lange habe ich noch nicht gehört. Lesbe! Die berühmteste alte, älteste Lesbe ever. Die berühmteste alte, älteste Lesbe ever. Okay. Dann klär uns auf. Oh. Again? Oh. Oh. Aber das war. Okay? Wichtig. Und viele neue Leute kamen und jeder hat sich über ihn geklappt. Ach Gott. Die letzte Mal, dass ich etwas über ihn hörte, war... Gott, seit Jahren. Wenn viele Leute sich mit der Entwicklung der Welt verabschieden, und die Menschen nicht so viel verabschieden, die Leute sagten, dass es ein Kurs war. Oh, Entschuldigung, ich rammelte mich. Ich schaue mich. Dankeschön. War das ein anderer Traum? Oh Mann, Silent Hill findet jetzt richtig an, kompliziert zu werden. Und total... Oh Mann. Ja. Ja. Hm, mm, mm, mm. sehr schön wir befinden uns jetzt keine ahnung wo sind wir irgendwo da oben immer vom antik shop in der darkness zone nenne ich sie jetzt und ja leider konnte ich das nicht ganz so viel vom spiel zeigen weil die so viel umgelabert haben aber ich werde jetzt den part erst mal so abschließen und hoffe dass ich im nächsten part ein bisschen mehr zeigen kann also ich hoffe ihr seid auch beim nächsten mal wieder dabei bei meinem let's play silent hill euer sparix